Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Tagesgeheimnis am 29. März 2018 Heute stehen wir im Wendepunkt in unserem Leben und treffen wichtige Entscheidungen. In erster Linie handelt es sich um Liebe Partnerschaft, ein Neuanfang, eine Versöhnung oder im bestehenden Partnerschaft eine neue Phase. Und das ist die Begeisterung und das sind die wichtigen Entscheidungen in unserem Leben. Das wirkt heute auf uns alle. Aber das kann auch die Selbstständigkeit bedeuten. Was unangenehm sein kann, das ist ein Gespräch, eine unangenehme Nachricht. Das trifft aber nur die Steinbockgeborenen und die Wiedergeborenen. Aber bei den Steinbockgeborenen hilft es weiter, weil so klärt sich da etwas. Die Wagengeborenen haben eine Aufgabe. Dieser Wendepunkt im Leben, diese Veränderungen auch bewusst wahrnehmen und keine Angst vor diesen Veränderungen. Bei den Löwengeborenen kommt noch dazu die karmischen Themen, die karmischen Begegnungen. Und davon brauchen die Löwengeborenen auch keine Angst zu haben, weil sie gewinnen gerade neue Erkenntnisse. Und das war meine heutige Botschaft. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen.